Wir gehen heute in die nächste Runde unseres Versus-Formates und zwar schauen wir uns heute einen Action-Airfryer versus einen Amazon-Bestseller-Airfryer an und dazu haben wir uns natürlich vergleichbare Geräte rausgesucht, aber heißt Amazon-Bestseller automatisch, dass es auch der bessere Airfryer ist. Wenn ihr die beiden Airfryer jetzt so hier so nebeneinander stehen sehen, was glaubt ihr denn, welcher welcher ist? Also welcher Airfryer kommt von Action, welcher Airfryer ist in den Amazon-Bestsellern? Uns hat das tatsächlich in der Redaktion ein bisschen überrascht. Kommen wir zu den Airfryern an sich und vielleicht habt ihr es richtig geraten, vielleicht auch nicht. Das hier ist die Amazon-Variante aus den Bestsellern. Das hier ist der Action-Discounter Airfryer. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben uns hier vergleichbare Geräte rausgesucht. Das heißt auch, der Amazon-Bestseller ist nicht der Nummer 1 Amazon-Bestseller, aber er ist in den Bestsellern enthalten und auch als Amazon-Tipp verfügbar. Und vergleichbar heißt in diesem Fall, beide Geräte haben 1500 Watt und wir haben einmal eine 4,3 Liter große Garkammer und einmal eine 4,5 Liter große Garkammer. Und ansonsten haben sie ein, wie ihr seht, ja auch sehr ähnliches Format, aber auch einige Unterschiede, die sie ausmachen. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar, wenn man hier vorne sich mal die beiden Geräte anschaut, dann fällt einem direkt ein riesengroßer Unterschied auf. Und zwar, dass wir hier ein Display haben und hier einfach nur zwei Drehregler. Es gibt auch keine Programmauswahl oder irgendwas. Wir haben wirklich nur die Möglichkeit, die Uhrzeit und die Temperatur einzustellen. Während wir hier bei dem Gerät, wenn ich es jetzt einmal anschalte, ha, sogar den Knopf getroffen, sieht man direkt, dass es hier viel mehr Auswärmöglichkeiten gibt und eben das Display zum Einstellen der Sachen. Und dann haben wir hier unten eben die beiden Garkörbe. Und da kommen wir vielleicht schon mal zu dem ersten Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein Negativpunkt für einen Airfryer. Wir haben einen ganz klassischen, normalen Garkorb, wie man es auch von anderen Airfryern kennt. Und hier haben wir einen Garkorb mit einem innenliegenden Extrakorb. Da muss man hier das Ding hochschieben, den Knopf drücken und dann kann man das hier rausziehen. Ich meine, man merkt es jetzt auch schon. Man sieht es vielleicht auch in den anderen Aufnahmen. Das ist ein bisschen schwergängig und fühlt sich alles auch sehr, sehr wackelig an. Ich habe auch das Gefühl, diese Klappe, die hier über dem Knopf drüber ist und der Button selber, das wird nicht lange halten. Ich könnte mir vorstellen, dass das so einer der ersten Stellen ist, wo vielleicht das Plastik auch abbricht. Was ich aber eigentlich viel, viel schlimmer daran finde, ist, dass es dadurch, dass es diesen Innenkorb gibt, eigentlich viel weniger Volumen gibt. Also wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben hier 4,3 Liter Volumen. Tatsächlich haben wir aber eigentlich nur 3,2, wenn man eben nur den Innenkorb zählt. Und das ist schon irgendwie eine irreführende Angabe vom Hersteller. Wenn man die beiden Schubladen jetzt wieder reinstellt, dann funktioniert das auch. Ist ein bisschen schwergängig. Bei manchen muss man wirklich ein bisschen fester mal dagegen hauen und auch das Gerät an sich festhalten. Was im Großen und Ganzen auch kein Problem ist, außer man hat das Gerät nämlich in Betrieb. Wir haben das Ganze mal mit einer Thermokamera auch gefilmt, weil der Amazon Airfryer wirklich heiß wird. Also das Gehäuse draußen, nur so im Vergleich, hier haben wir wirklich so Handwärme, dass man es noch anfassen kann. Hier war es teilweise so heiß, dass man wirklich nicht die Hand dran lassen konnte. Da muss man also auf jeden Fall aufpassen. Das absolute Highlight für mich aber, und ich weiß nicht, ob ich das als einzige Person so sehe oder nicht, aber diese Drehregler, die hier an dem Amazon Airfryer angebracht sind, das sind halt in meinen Augen keine wirklichen Drehregler. Wenn man es genau nehmen möchte, haben wir hier tatsächlich einfach eine Eieruhr, die hier im Airfryer drinsteckt. Wenn wir das Ganze drehen, dann hört man auch das Geräusch und dann tickt der Countdown auch wirklich runter. Also man hört das Ticken die ganze Zeit und ganz am Ende gibt es das klassische Geräusch. So, und dann ist der Airfryer fertig. Das wirkt zum einen extrem billig. So im Vergleich jetzt zum Beispiel auch mit den Xiaomi Airfryern, die ja auch einen Drehregler haben. Da ist aber auch noch ein kleines Display mit drin. Das fühlt sich einfach richtig hochwertig an. Das hier ist wirklich einfach eine Eieruhr und am witzigsten finde ich, wenn wir den Stecker ziehen, können wir sie trotzdem noch benutzen. Also sie lässt sich immer noch aufziehen und sie tickt auch weiter runter. Vielleicht ein 2 in 1 Gadget für die Küche. Ich weiß es nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Und nicht nur, dass die Eieruhr an sich einfach schon irgendwie seltsam wirkt, finde ich. Vor allen Dingen, wenn wir auch den Preis ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir reden hier immer noch von 50 Euro für einem Airfryer. Es lässt sich auch einfach sehr ungenau einstellen. Also wir haben hier diese Striche, die einem zwar die Uhrzeiten und Minuten anzeigen, aber so wirklich sauber auf eine ganz genaue Uhrzeit einstellen kann man es nicht. Und dann dieses Bing-Geräusch ist tatsächlich sehr leise. Im Gegensatz dazu haben wir bei einem Action Airfryer einen Cooldown-Moment, den wir irgendwie mit da drin haben, der fast eine Minute dauert. Und dann piept das Gerät wirklich fünfmal sehr laut. Also wer das nicht hört, der hat dann vielleicht echt Tomaten auf den Ohren. Was ich ja auch schon erwähnt habe, hier am Display haben wir die verschiedenen Programme, die wir auswählen können. Das sind acht Stück. Das kennt man ja auch schon von anderen Airfryern. Bei dem Amazon Airfryer haben wir sowas in der Art, dass einfach nur oben drauf steht, für welche Temperatur, welche Lebensmittel und welcher Zeitraum angegeben werden müssen. Im Endeffekt ist das eigentlich genau das, was diese Programme auch machen, aber hier kann ich halt einfach einen Knopfdruck tätigen und es ist genau das eingestellt, was ich haben möchte. Hier kann ich halt irgendwie lesen, was ungefähr die richtigen Angaben für Lebensmittel wären. Also zum Beispiel Shrimps bei 180 Grad 12 bis 18 Minuten. Braucht man nicht, in meinen Augen. Aber auch das, es ist eine simple Anwendung, aber es ist halt eben keine gute Anwendung. Das, was interessant auch irgendwie ist, den Amazon Bestseller. Aber ich muss es nur noch mal sagen, es ist wirklich dieses Gerät hier, ich selber verwechsel das auch die ganze Zeit. Mein Kopf will mir irgendwie sagen, dass das hier Action sein muss und das hier Amazon, aber es ist genau das Gegenteil. Warum ich so verwundert darüber bin, wie dieses Gerät im Endeffekt hier ist, weil es ist in den Amazon Bestsellern, es ist ein Amazon-Tipp. Es hat irgendwie über 31.000 Bewertungen und über 4,5 Sterne und ich verstehe nicht, wieso. Also klar, der Airfryer erledigt seinen Job, wir kriegen irgendwie knuspriges Essen am Ende raus. Aber für diesen Preis und mittlerweile ist er sogar gestiegen, ich glaube, wir liegen jetzt bei 68 Euro irgendwas, bekommt man einfach Besseres. Und das sehen wir hier eben bei dem Action Airfryer. Wenn wir jetzt rein einfach vergleichen von der Bedienung, von dem, wie es rauskommt, wie es sich auch anfühlt, das Gerät, dann würde ich immer eher zu dem Action Airfryer greifen, als jetzt zu diesem Amazon Bestseller. Es zeigt irgendwie mal wieder, Amazon Bestseller, Amazon-Tipp und auch super viele gute Bewertungen heißen nicht automatisch, dass das auch das beste Gerät ist, was ihr für das Geld bekommen könnt. Da heißt es halt immer schauen, vergleichen und gucken oder ihr folgt halt einfach uns. Wir haben auch schon andere Airfryer getestet, die könnt ihr euch hier noch anschauen. Zum Beispiel die SecoTech Airfryer in allen möglichen unterschiedlichen Varianten. Die gibt es immer wieder mal im Angebot, auch für unter 40 Euro. Die bieten einfach das gleiche, wenn nicht sogar Besseres als diese hier. Schaut euch die gerne an. Wir verlinken die auch dann nochmal in der Box für euch. Und ansonsten lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Wir freuen uns darüber und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.